Wir müssen nach der Show sofort die Kohlen abkassieren. Dann müssen wir sehen, wie wir aus dem Laden rauskommen. Das Geld muss bei der Finanzkasse von Cook County sein, in dem Moment, wo ihre Schalter aufmachen. Knastbruder Jake und Elwood Blues. Zwei Männer unterwegs im Auftrag des Herrn. Sie haben nur elf kurze Tage. Und wagt es nicht, vor mir zu erscheinen, solange ihr nicht geläutert seid und Besserung gelobt habt. Oh, gesegnete Madonna von der heiligen Beschleunigung, verlass mich nicht. Weißt du, der liebe Gott und ich, wir haben uns geeinigt. Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Schön viel Platz zum Autofahren. Wie wollt ihr noch 5000 Dollar in elf Tagen zusammenkriegen, ohne ein krummes Ding zu machen? Ich habe nur für dich meine Unschuld bewahrt. Wenn meine Einschätzung der Lage korrekt ist, dann müssten wir ganz nah am ehrenvollen Richard D. Daly Plaza sein. Ist das da, wo Sie den Picasso haben? Ja. Wann jetzt? Zwei Männer mit schwarzen Anzügen, schwarzen Hüten und einer schwarzen Ackentasche? Ja. Ich habe sie darunter geschickt. Danke sehr. John Bellussi. Hey, Sackgesicht, ich möchte meine Brautier kaufen. Dan Eckreuth. Nach der Vorstellung habe ich mir gedacht, wir könnten uns eine Runde aneinander kuscheln. James Brown. Ich hörte das Greischen des üblen Satans. Cap Calloway. Hori, 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 hori. Und er wird nicht mit irgendwelchen Toastbrot fressenden Waisen rumziehen. Henry Gibson. Sie sollten beten, dass die Polizei Sie eher erwischt als wir. Und die Blues Brothers Band. Los gehen wir, Jungs. Blues Brothers. Sind Sie Polizisten? Nein, Ma'am. Wir sind Musiker.